Manuela Schwesig und ich, wir sind politische Wegbegleiterinnen und freundschaftlich verbunden. Wir waren zeitgleich ungefähr Ministerinnen für Soziales und Gesundheit und sind die einzigen Ministerpräsidentinnen in Deutschland. Manuela Schwesig ist eine starke politische Person und Persönlichkeit und sie weiß, was Mecklenburg-Vorpommern braucht. Ich wünsche ihr aus Herzen, dass sie weiterhin Ministerpräsidentin bleibt.